Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fans aufs Feld. Heute werfen wir den Blick nach Österreich und schauen uns an, wie der österreichische Fußball unter dem nationalsozialistischen Regime verändert wurde. Genau wie in Deutschland ab der Machtübernahme 1933 war auch der österreichische Fußball geprägt durch die ideologische Gleichschaltung des Hitler-Regimes. Verbände und Bewerber wurden zwangsweise in die Strukturen des NS-Sports eingegliedert und unterlagen der verbrecherischen Politik und der Rassenlehre des Nationalsozialismus. In Österreich waren es vor allem die Wiener Vereine, die vor der Eingliederung in das Deutsche Reich weltweite Bewunderung erlangten und gefeiert wurden. Die Wiener Schule und der Donaufußball waren international bekannt, gefürchtet und geliebt. Dies zeigt sich auch nach dem Anschluss. Die Wiener Clubs konnten auch hier große Erfolge feiern. So etwa Rapid Wien und die Wiener. Beide gewannen den deutschen Pokal, Rapid 1938 und die Wiener 1943. Außerdem gelang es Rapid Wien 1941, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Somit ist Rapid heute der einzig deutsche Fußballmeister, der nicht auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beheimatet ist. Bevor aber der erste österreichische Verein eine deutsche Meisterschaft gewinnen sollte, schlitterte eine andere österreichische Mannschaft in ein Debakel bei einem Endspiel zur deutschen Meisterschaft. Die Admirer, welche in den 1930er Jahren sicher das stärkste Team in Österreich bildete. Mit fünf Meistertiteln und drei Cups siegen. Vor rund 100.000 Zusehen im Berliner Olympiastadion unterlagen sie dem Schalke 04 mit 9 zu 0. Die Niederlage war so unerwartet, dass gleich danach Gerüchte über eine Spielmanipulation laut wurden. Weiter angefeuert wurde das verlorengegangene Spiel dadurch, dass die Spieler der Schalker nach dem Sieg zu Ehrenmitgliedern der NSDAP ernannt wurden. Außerdem war der Kapitän Fritz Seepan im Führerrat des Fachamts Fußball tätig. Am 22. Juni 1941 war es aber soweit. Rapid besiegte in einem dramatischen Finalspiel vor 95.000 Zusehern im Berliner Olympiastadion Schalke mit 4 zu 3. Zuvor waren die Hütteldorfer mit 0 zu 3 in Rückstand geraten und hatten einen verschossenen Elfmeter zu verbuchen. Franz Binder wurde mit einem Headtrick zwischen der 63. und 71. Minute zum Matchwinner für die Wiener. In der darauffolgenden Saison 41-42 zog die Wiener ins deutsche Meisterschaftsfinale ein, wo sie sich am 4. Juli 1942 vor 95.000 Zusehern im Berliner Olympiastadion mit 0 zu 2 geschlagen geben mussten. Wieder war Schalke der Gegner. Der Wiener Fußball war bereits seit 1924 ein Profibetrieb. Teilweise bis in die dritte Klasse verdienten Spieler ihr Geld mit dem Fußball. Ab 1927 spielten verschiedene Vereine aus Österreich, der Tschechoslowakei, Ungarn und Italien um den Mitro Cup. Dies war der Vorgänger der heutigen Champions League. Auch hier konnten die Wiener Vereine große Erfolge verbuchen. Rapid siegte im Mitro Cup 1930, die Wiener 1931, die Austria-Wien 1933 und 1936. Der deutsche Fußball war hingegen am internationalen Klubfußball nicht beteiligt, da der DFB immer noch am Amateurfußball festhielt. So kam es bis zum Anschluss auf kein Aufeinandertreffen von Wiener Vereinen und deutschen Mannschaften. Auch in der Länderspielbilanz hatten die Österreicher die Nase vorn. Seit 1904 musste Österreich drei Niederlagen einstecken, ein Unentschieden konnte aber sieben Siege feiern. Darunter waren auch zwei Demütigungen der DFB-Auswahl. Das ausschließlich aus Wiener Spielern bestehende Wunder-Team fügte der deutschen Auswahl im Jahr 1931 eine 6 zu 0 und 5 zu 0 Niederlage zu. Nach dem Anschluss kam es zu einem Versöhnungsspiel, das am 3. April 1938 ausgetragen wurde. Die Mannschaft des GAUs Österreich siegte mit 2 zu 0 gegen die deutsche Reichsmannschaft. Solche Spiele wurden für propagandistische Zwecke immer wieder genutzt. Das zeigte rege Spielverkehr nach dem Anschluss. Unter dem Motto Versöhnungsspiel, Freundschaftsspiel und Winterhilfe wurden die Partien abgehalten. Allein im Jahr 1938 fanden 15 solche Spiele statt. Im Fußball blieb die Eingliederung Österreichs in das deutsche Reich jedoch immer aufgeladen. Was auch die haufenweisen Ausschreitungen bei Spielen zeigen. Für die Wiener Fußballanhänger galt es die Wiener Schule zu schützen. Die ja seit dem Anschluss von Berlin aus als rein deutsch definiert wurde. Dazu kam der Unmut der Wiener Bevölkerung über die sich verschlechternde Versorgungslage. Und nach und nach auch über den seit August 1939 sich ausbreitenden Krieg. Im Gegensatz zu anderen öffentlichen Räumen war es auf Fußballplätzen auch in der NS-Zeit möglich, sich widersetzlich zu verhalten. Teilweise wurde das auch durch das Regime geduldet, um oppositionelle Energien von der Straße fernzuhalten. Im nächsten Video gehen wir genauer auf Rapid Wien im Nationalsozialismus ein. Also lasst gerne ein Abo da, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.